das portknoten ist hier und ich habe keine daten super ohne daten ist wow hallöchen okay dass man hier ein doppelding machen habe ich auch noch nicht gesehen das war mir jetzt richtig neu so richtig neu sogar dankeschön kann ich den auch gespannt du kommst einfach mal nach oben hin kann ich irgendwie hier einen paketenwerfer sorgen so was immer weil das wäre schon gleich mal immer so uncool weil es andere wäre schon etwas etwas nicht so schön oder hier aber das würde doch funktionierter genau und dass das hier genau das funktioniert und wie es funktioniert wir haben fehlbereiche für alles drum und dran das ist soweit in ordnung die markierten weiter nach vorne gehen das ist auch soweit in ordnung so ist ein thema transport knoten ja das nicht auf jeden fall transport knoten da wollte ich jetzt gerade mal kurz aushelfen ein kleines bisschen zumindest können wir denn auch gerade gar nicht durch oder so war ich ja gerade so bisserl auf wir sind eigentlich schon wieder auf die pink teilweise von dem her könnt ihr euch wieder etwas beruhigen das wäre ganz ganz toll an der stelle so richtig toll sogar so 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 genau das könnte man nämlich die recht gut nehmen um so quasi hier durch zu starten und das ganze zeug hier einzunehmen erst dann noch mit so das kommt auch recht schön das kommt auch immer recht schön das wird jetzt wahrscheinlich eher weniger was werden aber das schönste wenn mich hier unten was hinschießen könnte ja vergiss es vergiss es müssen mitnehmen das muss mitgenommen werden also wie der kristall hier gerettet werden muss aber sonst passt grad so ihr grad so mietung auf grad so okay vergiss es vergiss es schützt die kristalle meine freunde schützt die kristalle okay das ist ziemlich viel angriff power das ist mir ziemlich lang geschaut und ich hatte es eigentlich gehofft gehabt dass ich dann hier quasi eigentlich weiterkommen mit meinem wir müssen hier gucken dass wir wohl unterstützt eingreifen da geht mir einfach wieder wir sind nicht in die ausbruchten reingekommen wir sind nicht in die ausbruchten reingekommen so wie sie dem thema so viel zu dem thema und wir könnten auch wirklich sagen 1 2 3 1 2 und dich hier mal kurz mitnehmen um so quasi ein bisschen ein bisschen stress zu schieben ich glaube wenn man nämlich das hier hin machen könnten wäre das doch nicht mal das schlechteste auf der welt okay du kommst mit und du kommst auch da drüben hin ich glaube ich wollte gerade sagen weil das hier im baum wird es nicht schlecht ausweilen es gibt sogar eine hilfestellung wirklich bringt hier bringen aber zumindest etwas die 63 63 63 so ein bisschen ein bisschen ganz abenteuerlich was ich hier mache aber das macht rein gar nichts aus rein mit uns weil solange die maur zu mischt teilweise durchhalten kann bin ich ja schon mal glücklich mit der welt so hier zack versteckt die blöcke hier und dort guck mal an guck mal an es sieht doch nicht mal so übel aus die breite bis was mitgenommen noch und gut ist solle und bitteschön schießt den korridor hier frei genauso wie hier einfach nur frei schießen so rüber und hier überschießen so gut wie es geht immer noch so wie es geht frei machen wenn wir probleme haben bitte einmal kurz sagen aber das müsste doch eigentlich funktionieren okay bis hier nicht weiß wie es ausschaut so hier kommen wir noch was machen okay wir brauchen mehr raketen wir brauchen definitiv mehr raketen stehe ich gerade wieder fest oh hallöchen das sollte natürlich nicht sein wir brauchen nämlich noch ein bisschen mehr verteidigung hinbekommen könnten das werk gleich das wäre mehr als glorreich so geraten ein oder anderen da kommt da kommt put 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 lasst mich dahin dass mir fertig seid ihr fertig komm 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 ich hab's versaut ich hab's versaut ich hab's versaut ich hab's versaut das ist nicht gut das ist nicht gut das ist ganz sogar nicht gut hallöchen ich kann es halt nicht abwarten weil es einfach so ähnlich viel sind und das obwohl wir eigentlich wo ich eigentlich gedacht habe wir sind jetzt relativ gut dabei aber nein anscheinend sind immer nicht gut genug dabei okay wo war denn das ganze hier mal hingebaut die sind durchgebrochen die hundlinge sind durchgebrochen ich brauche so viel ich noch begegnen kann wir haben kaum noch zeit irgendwie was zu machen okay dann müssen wir so schnell wie es geht mit dem hier arbeiten was nicht so schön für uns ist dich und dich hier wie können wir denn hier unten noch mehr feuerkraft rausholen eventuell so ich bin gerade echt leicht verwirrt wie es am besten machen kann so 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 und so jetzt da wir hatten dich ja das heißt du kommst hier bin wir wollen ja hier nichts kaputt machen so quasi deswegen werden wir uns jetzt so lange opfern wie es nur ja das könnte ein bisschen schlecht laufen ein bisschen arg schlecht sogar sogar für unsere verhältnisse können wir irgendwie großreich durch boxen ich glaube ja weniger wir kommen nicht raus merken wir kommen hier nicht raus ist jetzt als nichts in der stift als nichts so wir haben ziemlich viel übrig 1 2 3 4 1 2 das wäre so quasi verlangst nummer 1 so war mehr kann man gerade nicht machen wir können die ein bisschen nerven aber das war es doch schon wir könnten hier in raketen werfe aufbauen für den moment mal das wäre nicht das verkehrteste bestimmt hier hin und hier oben noch mal hin wenn der so liegt hat haben wir zwei spawner weniger einmal oben da unten und das sollte uns eigentlich dann so quasi einen taktischen vorteil geben das wollen wir nicht das wollen wir so leh auf nach da oben und einmal so rum so viel zu dem thema haben wir denn haben geschossen hier und wir haben geschossen dort hier wird weggepritzt das ist schon mal richtig gut hier wird nicht so viel weg gemacht aber das macht auch nichts raketen können hier auch noch nicht wirklich schießen ja 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 ok leute zeigt was immer steckt mehr kommen hier machen gerade sagen der hat nicht genug um uns aufzuhalten an der stelle ganz und gar nicht genug sogar Ähm, wie wär's denn mit Ruhr? Hilfe. Das war jetzt nicht ganz so schön. So, Lepp. Bitte einmal mich schießen, so gut wie's geht. Wenn's nicht geht, dann müssen wir's einfach so lassen, wie's ist. Ähm, kann ich irgendwie... Hier, das funktioniert sogar. Oh, das funktioniert sogar. So, Lepp. 68. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Halt, ne. Ich brauch wieder ein großes Ding. Ich brauch ganz viel, so viel wie ich nur bekommen kann. Aber davor sagen wir, hey. Erst einmal aus Sicherheitsgründen dich hier einbauen. Danach sagen wir Raketenwerfer. Hier eingebaut. Das ist nämlich nicht das Schlechteste, wenn wir hier oben ein haben. Kommen wir noch durch, 7 Sekunden. Es wird mehr als eng werden. Ja, aber ich probier's trotzdem. Ich probier's trotzdem. Sottle. Nur meins. Uah. Okay. Soviel zu dem Thema. Soviel zu dem Thema. So. Und jetzt bin ich schön. Lass das krachen. Und das Zeug nehmen wir alles mit. Uah, Hilfe. Nicht zu viel kotzen, bitte. Das wäre gar nicht... So. Wir brauchen jetzt einen Autokollektor hier. Jetzt haben wir nämlich einzelne Probleme an der Bug. Er nimmt alles mit. Er nimmt alles mit. Okay. Können wir denn euch upgraden hier? Ja, so als einzelner Schuss. Das geht. Ein einzelner Schuss funktioniert. Paketen wäre... Oh je, oh je, oh je. Oh ja, ich merke schon, ich merke schon. Das möchtet ihr gar nicht. Das möchte ich gar nicht. So, kann ich vielleicht mal hier durchkommen irgendwie. Das wäre echt wunderbarer Natur. Wie wäre es denn mit... Du hier mitkommen? Das büren wir jetzt nämlich aus. So, jetzt da. Das müsste es nämlich eigentlich funktionieren. In der Theorie, ihr habt es funktioniert auch. Und wie es funktioniert. Dich stellen wir jetzt hier hin. Damit du von zwei Seiten aus hier drauf schießen kannst. Einfach nur, weil du es kannst. Das reicht mir nämlich schon mehr als aus. Wer ist denn mit hier noch? Das ist bestimmt gar nicht mal so schwer. Okay. Ich würde sagen, geh drauf, geh bitte drauf. Ernsthaft, das hatte mein... Oh man. Gerade, wenn es so gut aussah. Gerade, wenn es so gut aussah. Okay. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir noch ein paar Kristalle herbekommen. Zumindest einen. Was weiß ich, wir machen gar nicht die ganze Ladung wieder hin. Eine komplette Ladung ist immer gut. Solle. Doppelschuss. Doppelschuss. Doppel, Triple, Mega, Hypo-Schüsse. Egal was. Hauptsache irgendwelche Schüsse. Und Hauptsache wir machen Schaden, bis sie umfallen. So, nochmal eins. Nummer zwei. Weil hier müssen wir durchkommen. Hier müssen wir sowas von durchkommen. Können wir vielleicht ein Raketen werfen nochmal hier hinsetzen irgendwo. So, quasi ja. Mal gucken, ob er auch das Schwächste direkt angreift, wenn wir schon mal da sind. Ich hoffe, wir sind inständig ja. Weil es wird doch unangenehmer auf Dauer. Es wird richtig unangenehmer hier. Solle. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ähm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Okay, das heißt, wenn wir jetzt dich nehmen. Komm, einmal rausschießen. Dankeschön. Dass du das hier kaputt machst. Das müsste doch eigentlich dann genug sein. Genau. Um einmal hier rüber zu kommen. Komm, schieß durch, schieß durch, schieß durch. Nochmal. Ich möchte einfach nur hier durchkommen. Ich möchte einfach nur hier durchkommen. Das andere wäre schon. Dankeschön, wunderbar. So. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Herrlich, herrlich. So. Puh. Eine Station weitergekommen, auf jeden Fall. Pass auf, kann ich da nicht hin? Ja, Mist. Okay, was soll's, was soll's. Passt schon soweit? Passt schon. Wir haben auf jeden Fall einen Raketenwerfer hier. Ein Raketenwerfer ist besser als gar kein Raketenwerfer an der Stelle. Und ich würde mal sagen, wir kommen hier auch durch. Ja, definitiv. So, drei, vier. Ich verpasse jetzt die Energie hier, aber wir können hier einen Sammler hinstellen. Sogar in der Mitte können wir eigentlich hinstellen, weil da einfach keiner gehen geht. Okay, passt. Sag ich nicht dein dazu. So. Will ich den hier noch kaputt machen? Die kommen nämlich echt durch, wenn sie wollen. Und wir tun auch, wenn sie wollen. Das brauchen wir netter, das brauchen wir netter, das brauchen wir netter, das brauchen wir netter, das brauchen wir netter. wärst du mit so, so und so. Mein Gott, sind das hier viele. Hm? Achso, da komme ich gar nicht durch. Da komme ich doch gar nicht durch an der Stelle. Okay, Raketenwerfer. Damit komm. Wir brauchen dich so quasi einmal hier. So rum. Tomf, alles andere ist gerade eh nicht zu gebrauchen. Das hier genauso wenig, aber für dich hier. Und so. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir doch bestimmt auch sagen, hey, mach doch mal hier ein. Oh. Er ist aber ganz schön wenig geworden an der Stelle. Mach doch hier mal noch sowas hin. Einfach nur, weil wir es können. Komm, einfach nur, weil wir es können. Und wir könnten sogar noch hier ein bisschen noch bessere Unterstützung geben. Wir können aber auch. Können aber auch. Es funktioniert, es funktioniert. Wir dringen durch. Und zwar, wie wir durchdringen. So halte ich ihn aber auch. Ich habe gehört. Ihr liebt es, erschossen zu werden. Also ich war echt, das weiß, aber eine Quelle hat mir gesagt, ihr liebt es, erschossen zu werden. Genauso wie ich es... Oh, okay. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt mitten hier reinfahren. In ein Kriegsgebiet. Das ist, glaube ich, nicht ganz so das wahre. So. Dich hier im Bauen. Sollen wir jetzt hinten noch? Oder noch was? Oh, ja. Da haben wir noch was. Aber auch nicht mehr viel. Ganz und gar nicht mehr viel. So. Können wir denn hier mitten rein reinbauen? Oh, das wäre. Das wäre kackendreist von mir. Wie käme ich denn dazu, sowas hier reinzubauen? Ich weiß es nicht, aber ich habe es getan. Höhö. Ich habe es getan. Äh, du hier. Mitkommen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das kann alles hier nur ein bisschen draufgehen. Das macht nichts. Das macht rein gar nichts. So. Wir haben das befreit. Wir haben das befreit. Und unten ist jetzt nichts mehr. Ich will auf richtig gar nichts mehr. So. Lepp. Dann haben wir noch einen Raketenwerfer. Der ist noch wichtig. Das ist eigentlich relativ unwichtig geworden für den Moment. So. Hier rüber hin. Das Schöne ist, sie bewegen sich immer nur in festen Mustern. Das heißt, es macht uns rein gar nichts aus. Wenn wir sie nicht auf Anhieb kaputt bekommen können. Okay. Wie wäre es denn mit einer Superkanone nach da oben? Ich glaube, das könnte auch eine gute Idee sein. So. Bedeutung. Wir wollen es fertig machen und wir haben es geschafft. Ich sehe gerade. Da ist noch was. So ist er schaut. Und da oben sind noch ein paar Teils. Ich hoffe, das reicht jetzt hier. Wunderbar. Erfinde und gebaut. Zusammen mit dem davorigen wahrscheinlich ewig und drei Tage. Okay. Third let's miss you, oh mein Gott. Untertitelung. BR 2018